Herzlich willkommen. Hier ist die neueste Ausgabe vom Fernruf hier im Kontrafunk. Und liebe Hörer, wir befinden uns ja hier mitten im Winter in Europa. Und deswegen freue ich mich, dass wir gemeinsam in zwei Regionen gehen, in denen Sommer ist gerade. Und wo ist aktuell Sommer? Sie wissen es natürlich ganz genau, auf der Südhalbkugel dieser wunderschönen Welt. Da blicken wir auf einen ganzen Kontinent gleich und gleichzeitig in das Land, in dem wir, wie immer um diese Jahreszeit, die Crème de la Crème des Trash-TVs und ausrangierte Stars entsorgen und sie im Dschungelcamp Käfern, Spinnen, Schlangen und anderem Getier aussetzen. Natürlich rede ich von Australien. Dort lebt Bernd Bebenroth schon seit einiger Zeit. Er verrät uns, wie es eigentlich mit Corona und der Migration in Australien so ist. Und wir erfahren auch, wo man sich als Einwanderer, gerade aus Mitteleuropa, vielleicht so ein bisschen leichter tun könnte. Und gleich starten wir mit dem unterfränkischen Auswanderer Jörg Seufert. Ihn hat es in ein Land verschlagen, das seit jeher schon immer im Fokus deutschen Interesses stand. Früher als Schutzgebiet Südwest, heute als absoluter Traum für Safarigänger und Liebhaber des Sundowners, aber auch für Freunde des Karnevals. Ja, ja, die kommen dort auf ihre Kosten. In der Hauptstadt Windhoek gibt es im Frühjahr Karneval wieder heim mit Tusch, Funkenmariechen und Büttenreden. Wir gehen nach Namibia. Wir lassen uns von Jörg Seufert von seiner Auswanderung dorthin und von den Verhältnissen dort erzählen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Für uns heißt es jetzt alle Ab in den Süden. Ich bin Gernot Danowski. Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Sendung. Hart wie Kameldornholz ist unser Land und trocken sind seine Reviere. Die Klippen, sie sind von der Sonne verbrannt und scheu sind im Busche die Tiere. Liebe Hörer, bitte verzeihen Sie mir dieses etwas politisch unkorrekte Lied. Das sind die ersten Zeilen des sogenannten Südwesterliedes. Und das ist das Lied, das auch heute noch von einigen deutschstämmigen Namibiern gesungen wird. Da unten in Afrika. Vor allem dann, wenn Heino tatsächlich in Windhoek zum Konzert auftaucht und dieses Lied vor begeisterten 5000 Namibiern und Touristen anstimmt. Ich spreche jetzt aber mit einem Mann, der weniger mit den deutschen Namibiern, ja auch, aber weniger, und dem europäisch geprägten Teil Namibias zu tun hat, sondern eher eben mit dem afrikanischen im Norden. Jörg Seufert ist 65 Jahre alt. Er ist in Schweinfurt geboren, in Bad Kissingen aufgewachsen. Und er durfte sich seinerzeit 1980 zur Belohnung für sein Abitur von seinem Vater einen Jagdausflug aussuchen und wünschen. Und die Wahl fiel auf Namibia. Die restliche Geschichte hören wir jetzt von ihm. Herzlich willkommen, lieber Jörg Seufert. Hallo, grüß dich, Gernot. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du bist nicht einfach so auf Namibia gekommen, sondern dein Vater hatte einen Bekannten. Der hat sich da eine Farm zugelegt und der hat euch einen Film gezeigt. Und da warst du völlig begeistert. Das war ja 1980, das waren doch super acht. Wackel, wackel, wackel. Und dann haben wir uns das schön angeguckt. Und dann kam natürlich die impressive Landschaft und vor allem die Warzenschweine. Und dadurch, dass ich von klein auf immer ein Wildschwein-Fan war, haben die mich natürlich sehr beeindruckt. Ein paar Wochen später musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich mir ein Namibia rausgesucht. Naja, dann sind wir halt da auf die Farm von seinem Freund gefahren. Und das hat ihm auch sehr gut gefallen und mir auch ganz toll. Vor allem das war damals in der hiesigen Winterzeit, also im deutschen Sommer. Ende Juli, Anfang August war das. Und da ist ja Trockenheit und es war eiskalt. Und der Farmverwalter und Jachtführer, der kam aus dem Norden von Deutschland und ist in den 50er Jahren dahin ausgewandert. Und der hatte also ein Repertoire an Sprüchen drauf. Das war Wahnsinn, von Busch bis Goethe alles. Und der hat immer gesagt, ja, Namibia ist ein eiskaltes Land mit ein paar warmen Dagen. Da war ich hier zwei Wochen mit meinem Vater auf der Jacht. Und dann war ich durch den Zufall im Oktober gleich wieder drauf. Und im März 1981 war ich dann bei einem dem größten, damals weltgrößten Tierfänger, Wolfgang Delz, der aus der Hamburger Gegend hierher ausgewandert ist. Der hat auch diese Tierfangszenen gemacht in Hatari, dem Film mit John Wayne, Hardy Krüger. Das hat mich natürlich sehr beeindruckt bei dem, wo wir da überall rumgefahren sind und auf seiner Farm gepackt mit der Hand gefangen und so. Da war ich natürlich platt. Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen. Das sind natürlich tolle erste Eindrücke aus einer völlig fremden, eigenen, neuen Welt. Und ja, wie ist es dann weitergegangen? Also wie bist du dann dort geblieben und was hast du dann noch erlebt? Weil da ist ja schon eine ganz schöne Zeitspanne dazwischen. Dann kam ich eben bis 1990, war ich jedes Jahr hier auf Urlaub. Und März 1990 war die Unabhängigkeit, da war ich auch hier. Naja, und seit Weihnachten 1990 bin ich permanent hier. Und ich war dann in Swakobmund, dann Reiseleiter gemacht. Dann habe ich auf Farmen gearbeitet und dann bin ich 95, Anfang 95, bin ich hier oben in den, so wie ich das immer nenne, in den afrikanischen Teil von Namibia gekommen. Der ist also nördlich der roten Linie. Die rote Linie, das ist der Veterinärzaun, der durch den gesamten Kontinent geht. Naja, und da heroben, da habe ich dann erstmal auf so Lodges gearbeitet und so. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, die dann leider kurz nach zweieinhalb Jahren gestorben ist. So habe ich dann viele Touren weiter gefahren. Da ich eben da heroben gelebt habe und es hier auch keine Reiseleiter gab und ich mich halt hier sehr gut ausgekannt habe, da habe ich dann die meisten Touren immer gekriegt von Windhoek nach Victoria Falls, also in Zimbabwe. Also die Vergangenheit als Touristenführer, so wie es alles angefangen hat, das hast du jetzt erwähnt. Und was machst du jetzt? Also bist du immer noch Touristenführer oder bist du so ein bisschen das Mädchen für alles? Also wenn dich jemand anspricht, kannst du mir da und da mal helfen oder machst du sonst noch was anderes? Ja, man kann mich immer noch buchen. Ja, ich meine mit mir, dadurch, dass ich eben hier im afrikanischen Teil von Namibia lebe und ich kenne jeden König und jeden Headman. In Duna heißt es hier, ich bin per Du, mit dem Governor hier, das ist wie bei euch der Ministerpräsident. Wenn Leute hierher kommen zu mir und mit mir eine Tour buchen, die sehen ein anderes Teil von Afrika, als wenn sie eine normale Tour buchen. 2015, da habe ich durch einen Hiesigen, durch einen Eingeborenen, also mal um das klarzustellen, weil das wird immer oft durcheinander gebracht, Einheimische, da fallen die Europäer nicht drunter. Die Einheimischen, das sind hier nur die Bantu- und Sandsprachigen. Und die Weisen, die auch, auch wenn sie in der siebten oder achten Generation, jetzt meine ich, hier sind, sind es immer noch Eingeborenen und keine Einheimischen. Und von so einem, der auch von einer recht berühmten Familie her ist, der hat mich dann zu einer Pflanze gebracht, nämlich zu der Moringa, zum Moringa-Baum. Das hattest du kurz im Vorgespräch erwähnt und ich habe das dann mal so ein bisschen gegoogelt und dann habe ich gesehen, aha, das haben eigentlich die Buschmänner früher dann benutzt, auf ihren Touren durch die Wüste und es ist irgendwie nahrhaft. Es ist sogar Bleichmittel drin, also die putzen sich dann mit die Zähne und so weiter. Ist das so ein bisschen ein Wundermittel für oder gegen alles? Von diesem Image will ich weg, weil wenn du das Wort Wunder dann mit einer Pflanze verbindest, dann denken die Leute, ah ja. Dann denken sie, das nehme ich und dann bin ich wieder gesund. Ja, okay. Ja, ich meine, es hilft auch gegen so Zeug. Man kann das natürlich auch als, in Anführungszeichen, Medizin verwenden. Aber Moringa, das ist nachgewiesen, ist einfach der beste Booster fürs Immunsystem. Also dadurch kriegst du ein Immunsystem, was dich einfach nicht krank werden lässt. 100 Prozent gibt es nicht, außer dass mit 100-prozentiger Sicherheit jeder von uns mal stirbt. Allerdings, wenn man Moringa regelmäßig von früherer Kindheit annimmt, dann kann man wesentlich älter werden als die normale Lebenserwartung, wer so sagt. Und man ist immer fit. Also diese Moringa-Pflanze, der ergibt es 13 verschiedene Spezies auf der Welt. Und die, die am meisten benutzt und erforscht wurde, das ist die Moringa Oleifera. Die kommt aus Indien, vom Himalaya. Wächst dort auf der Höhe von 500 bis 1000 Meter und liebt Wärme. Also direkte Sonne, am liebsten 40, 45 Grad und kein Wasser. Na wunderbar, da sind wir ja klimatisch dann in Namibia genau richtig. Ja, kommen wir mal zu gesellschaftlichen Themen. Was würdest du denn sagen, was ist denn hier in Namibia bei dir doch so ein bisschen der negative Knackpunkt? Was ist denn noch verbesserungswürdig? Natürlich habt ihr auch seit der Unabhängigkeit den sogenannten Globalismus hier auch reingedrückt. Und natürlich sind dann auch Leute, die sonst nie durch Namibia gekommen sind. Also ich rede jetzt von den Einheimischen. Also Regierungshörige wurden dann halt irgendwo hingedrückt, wo sie wahrscheinlich gar nichts zu suchen haben. Obwohl sie natürlich Namibianer sind, können überall sein, das ist schon klar. Aber dann sitzen halt welche an Schaltstellen, die aus Tradition schon hier mit den anderen Treibs also nicht so sehr gut können. Und dann hocken sie also aus politischen Gründen eben an Schaltstellen und machen jedem das Leben schwer. Das ist natürlich schon ziemlich nachteilig. Da könnte ich dir Storys erzählen von Hereros, die alle super Abschlüsse, Universitätsabschlüsse haben, aber keinen Job kriegen, weil sie die falsche Hautfarbe haben. Und das ist alles dieselbe. Also das ist halt dann der andere Treib. Das sind schon viele, viele Knackpunkte. Und was halt eben auch hier im Kommunalland von diesen NGOs überhaupt nicht gemacht wird. Und ich kenne nur zwei Projekte von NGOs, die funktioniert haben. Alles andere geht in den Bach nun. Und wie ich dann eben so ein paar Jahre da heroben war und meine Erfahrungen gesammelt habe, dann habe ich auch versucht, da mal so einen gut bezahlten Job bei der GTZ damals noch, heute GIZ oder so, solchen Läden zu bekommen. Nö, so jemanden wie mich wollte man nicht. Und ich habe dann später mal nachts an der Bar von einem gerade etwas frustrierten NGO herausgefunden. Warum? Der hat gesagt, das ist doch ganz einfach, dass du so einen Job nicht kriegst, weil du kannst dich mit den Leuten gut unterhalten. Du hast Einfluss auf die, die hören auf dich. Du würdest ja am Ende vielleicht noch diese Projekte zum Laufen kriegen und das will ja keiner. Sonst würden wir ja unseren bezahlten Urlaub verlieren. Und das ist natürlich schon sehr frustrierend, wenn man das mitkriegt, wie viele Milliarden da einfach verbrannt waren und nichts kommt dabei raus. Wie sieht es denn mit Namibia in Sachen Einwanderungsland so aus? Also was hat das Land zu bieten und wie beliebt ist das? Also gibt es immer noch große Einwanderungswellen? Das war ja auch lange nach der Kolonialzeit dann noch so, dass viele Deutsche darunter sind, weil sie gesagt haben, Mensch, da gibt es eine deutsche Community und so weiter und so fort. Und es ist natürlich auch heute noch, also und vor allem jetzt in den letzten Jahren, ist natürlich das Interesse, um nach Namibia einzuwandern, unglaublich gestiegen. Da waren mal Zeiten zwischendurch, da habe ich also in der Woche vier, fünf Heiratsanträge von deutschen Frauen gekriegt, weil sie gedacht haben, wenn sie mich heiraten, dann kriegen sie auch permanent Residenz, was auch stimmt, und können dann locker hierbleiben. Und ich meine, unsere Regierung hat da schon scharfe Richtlinien. Die Europäer beziehen das immer auf sich. Das ist aber nicht der Fall. Das ist also auch gegen die Zuwanderung aus Zentralafrika gemacht, weil hier aus den Kongos, kenne ich hier unglaublich viele auch, die haben auch auf dem Papier geheiratet, zahlen der Frau dann irgendwas, weil sie dadurch einen Job irgendwo gekriegt haben. Und da geht jetzt das Innenministerium natürlich durch die Gegenseite ein paar Jahre und kontrolliert, ob diese Ehen auch wirklich stattfinden. Ich meine, wenn jemand kommt, berichte ich Kohle und was investiert und was aufbaut und Arbeitsplätze schafft, da kriegt er in fünf Minuten seine Aufenthaltsgenehmigung. Für Rentner ist es auch relativ einfach, wenn man die bestimmte Summe, die man monatlich aus Europa bekommt, nachweisen kann. Ich glaube, das ist bei zweieinhalb oder dreitausend Euro im Monat, dann kriegt man auch eine Aufenthaltsgenehmigung. Würdest du denn sagen, Namibia ist trotz der am Boden liegenden Wirtschaft und trotz der, naja, doch vorhandenen sozialen Reibereien untereinander und dem Potenzial von Konflikten doch noch ein Land, wo es sich lohnt, hin auszuwandern, weil es erstens schön ist und zweitens durchaus auch Potenzial da ist, um sich dort seine Brötchen zu verdienen? Man muss natürlich unterscheiden. Kommst du jetzt hier, um einfach im Angestelltenverhältnis zu arbeiten, das ist relativ schwierig, außer du hast so einen ausgefallenen Job wie Neurochirurg oder sowas, da kriegst du auch sofort deine Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitsgenehmigung. Ansonsten, wenn du Kohle hast und mit den richtigen Leuten redest, die dir zeigen, wo Lücken sind und der da gibt es wirklich genug, um irgendwas zu machen, vor allem allein auf dem landwirtschaftlichen oder Nahrungssektor, ich meine, da ist das hier das Potenzial unendlich, wenn die Leute wirklich gucken würden oder sich von den richtigen Leuten zeigen lassen würden, was da zu machen ist, dann könnte da wirklich was abgehen. Aber es kommt keiner, die wissen alles besser. Was sind denn so die ersten Probleme, denen sich ein Einwanderungswilliger gegenüberstehen könnte? Also was ist das, wo man sofort irgendwie reintappt, wo sollte man quasi beim Flughafen angefangen aufpassen, dass man nicht irgendwie über den Tisch gezogen wird, beziehungsweise was so ein bisschen über den gesunden Menschenverstand hinausgeht, weil es ist ja ein anderer Kontinent, die Leute sind ja auch anders und das sind völlig andere Verhältnisse. Da hast du recht, vor allem gutes Stichwort Flugplatz, Einreise, weil da am internationalen Flugplatz, Hosea Cotaco, da 40 Kilometer außerhalb von Windhoek, guck, wenn du als Tourist reinkommst, dann kriegst du automatisch 90 Tage Aufenthaltsgenehmigung, Touristenvisum. Aber da ist es schon passiert, die Touristen haben den Pass hingegeben, die Immigrationbeamten haben da neigeschrieben, neigstempelt, Datum neigeschrieben und wie die Leute ausreisen wollten, haben sie gemerkt, dass sie schon illegal im Land waren nach drei Wochen, weil die denen nicht 90 Tage gegeben hatten, sondern nur drei oder vier oder was weiß ich und die Touristen haben es nicht kontrolliert. Und da hast du natürlich dann Schwierigkeiten, ja. Willkür ist eben auch ziemlich groß geschrieben, ja. Und wie die Leute gerade aufgelegt sind, ja. Allerdings, ich habe das von den Umliegenden, also an den Grenzen von Namibia nach anderen Ländern, wenn die Leute da mit dem Auto einreisen oder so, da habe ich sowas noch nie gehört. Ich habe das immer nur gehört vom, oder auch selber miterlebt bei meinen Touristen. Lass uns nochmal ganz kurz auf ein anderes großes, wie ich finde, auch wichtiges Thema zu sprechen kommen. Sei es jetzt für neue Einwanderer oder eben für Touristen. Damals, als ich Namibia als Praktikant besucht habe, hat man gesagt, völlig egal, ob Tag oder Nacht, wenn du zu Fuß ohne Auto unterwegs bist, da fahren die an dir vorbei, ja. Irgendwelche Gangs oder irgendwelche Kriminellen, die gucken dich dann quasi aus, dann kehren sie um, rufen noch Verstärkung und nehmen dich dann aus. Und das Ganze kann innerhalb von 10, 15 Minuten passieren und völlig egal, wie kurz deine Wegstrecke eben ist. Wie hat sich das denn kriminalitätsmäßig in Namibia entwickelt? Ist es so geblieben oder ist es schlimmer geworden oder wie sieht es aus? Ich habe da keine persönliche direkte Erfahrung. Ich kriege das nur mit von WhatsApp-Gruppen und so und aus der Zeitung und was weiß ich. Das hat leider zugenommen, ja. Das ist halt schon wirklich kontraproduktiv, weil wenn das nicht rumspringt, dann kommt den Leuten nichts mehr her. Es ist jetzt aber, es sprechen einige Anzeichen dafür, dass die Polizei da wirklich was ändern will. Da muss man halt auch die Wahrheit sagen, wenn du halt unfähige Leute an wichtigen Posten hast, dann kann halt nichts abgehen, ja. Und die müssen endlich mal sehen, dass man da auskehren muss. Ich habe da auch jetzt Fälle erlebt, weil ich meine, auf Lodgen, dann ist eingebrochen worden und die Sachen und dann fünf Stunden später waren die Leute gefangen und alles Zeug, was geklaut war, war zurück. Das ist aber im Moment noch die Ausnahme. Aber also da bin ich schon etwas zuversichtlich, dass das wieder besser wird. Ich habe noch eine kurze Frage zur Geopolitik beziehungsweise zur globalen Einmischung und Wirtschaftsbeziehungen. Denn wie sieht es denn aus, ich habe gehört, dass viele Nordkoreaner und auch viele Chinesen sehr viel investiert haben in Namibia und dachte eigentlich, dadurch wäre auch die Wirtschaft so ein bisschen nach vorne gekommen. Wie sieht es damit aus? Die Chinesen, die saugen Afrika leer. Die beschleunigen den Untergang. Denen gehören schon so viele Länder, weil sie so viele Kredite an die gegeben haben und die können nicht mehr die Zinsen bezahlen. Angefangen hat es mit Lusaka, also die Hauptstadt von Sambia, wo die Chinesen den Flugplatz übernommen haben, weil sie keine Zinsen bezahlen konnten und lauter so Zeug. In Namibia ist das mit dem Hafen der Fall. Und ich meine, von den Einheimischen hier, da gibt es kaum welche, die gerne bei Chinesen arbeiten. Ich meine, sie tun es natürlich, weil sie lieber etwas haben als gar nichts. Es sind auch einige schon von den Chinesen, welchen schlechte Arbeitnehmerbehandlung gerügt wurden. Also mit Strafe ist da nicht so viel her. Meistens haben diese Chinesen ja dann auch noch einen namibischen Pass. Das kommt ja dann auch noch dazu, weil es halt so eine Budi-Budi-Sache ist zwischen den Regierungen. Die Chinesen schicken die Leute her, die sie daheim nicht wollen. Wie die Nordkoreaner hier ankommen sind, die Ersten und alle mit einem namibischen Pass und so, die hat man dann rausgefunden. Die hatten daheim die Wahl, Knast oder Auswandern nach Namibia. Ja Jörg, jetzt muss ich auch noch mal nach dem räumlichen Abstand fragen, den du ja einfach hast zu Deutschland, zu Europa. Räumlicher Abstand ist das eine, aber hast du auch den emotionalen Abstand? Und ich will darauf hinaus, von außen betrachtet sieht man vielleicht manches ein bisschen klarer. Was denkst du denn, wenn du von außen jetzt Europa und vor allem Deutschland so siehst? Ja, wenn ich Deutschland ankomme, kann ich da nur heulen. Weil dadurch, dass ich ja früher, also ziemlich regelmäßig jedes Jahr eins war und dort war, habe ich den Niedergang da drüben. Ja und du siehst ja als Außensteher dir das immer besser. Wenn einer jetzt von hier kommt und hier länger bleibt, dann kann mir dann plötzlich vielleicht auch Sachen sagen, die ich jetzt nicht sehe oder nicht sehen will. Ja, also wenn ich an Deutschland denke, da wird es mir wirklich, da treibt es mir die Tränen in die Augen. Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen. Gerade über das Internet bekommt man natürlich so einiges mit. Auf jeden Fall genug, um zu wissen, ja, mit deinem Gefühl bist du da wahrscheinlich nicht alleine. Zu einem anderen Gefühl, vielleicht sogar auch ein bisschen zu einem Lebensgefühl oder einer Lebensweisheit kommen wir jetzt. Denn am Ende unseres Gespräches haben wir die Kategorie unseres Fernrufes. Was ist denn deine Lebensweisheit, die du für dich in Namibia für dich entdeckt hast? Oh, das kann ich dir in einem Satz sagen. Das Zuverlässige ist die Unzuverlässigkeit. Allerdings auch im Positiven. Manchmal passieren hier Sachen innerhalb von Sekunden, wo du sagen würdest, die können in tausend Jahren nicht passieren. Und dann passieren Sachen in hundert Jahren nicht, die eigentlich nur Sekunden brauchten. Lieber Jörg, ich danke dir für diese interessanten Einblicke. Für ein paar Geheimnisse von Namibia haben wir jetzt erfahren. Wir haben erfahren, dass es ziemlich stark wirtschaftlich gebeutelt wurde. Dass es nicht mehr so einfach ist wie früher, aber trotzdem noch ein wunderschönes, faszinierendes Land ist. Und über die Tierwelt und so weiter haben wir uns gar nicht unterhalten. Aber da kann sich jeder, denke ich, auf YouTube oder in Reiseführern selber ein Bild davon machen. Es lohnt sich auf jeden Fall nach Namibia zu fahren, wenn man es sich leisten kann. Das wollen wir hier an dieser Stelle auch mal festhalten. Es ist einfach ein faszinierendes Land. Die Farben, die Tiere. Auch wenn das jetzt nicht untergekommen ist, bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, lieber Jörg. Und wünsche dir und Moringa natürlich alles Gute. Ja, vielen Dank. Das war sehr nett, dieses Gespräch zu führen und ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Liebe Fernrohförer, wie angekündigt, zieht es uns jetzt in die Südhälfte dieser Welt. Wir erinnern uns, auf der Südhälfte ist gerade Sommer und dementsprechend heiß ist es in diesem Land. Es zieht uns dorthin, wo das Land eigentlich der Inbegriff der Freundlichkeit ist, der Lässigkeit, der Sunnyboys und der blondierten Surfertypen. Willkommen in Australien. Vielen von uns wurde in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends durch die Filme mit Paul Hogan als Buschmann Crocodile Dundee dieses Land näher gebracht. In der Corona-Zeit tat sich dieses Land durch extrem restriktive Maßnahmen Politiker vor. Aber dort lebt der deutsche Bernd Bebenroth mit seiner Familie. Er kommt aus Kassel ursprünglich, wollte eigentlich immer nach Amerika auswandern. Dann ging es aber wieder zurück zum Studieren nach Deutschland. Und 1997 hat er sich dann für eine dauerhafte Einreise nach Australien entschieden. Ich freue mich jetzt sehr, dass er da ist. Hallo Bernd Bebenroth, schön, dass es geklappt hat. Super, hat es geklappt. Ja, ich habe es gerade angesprochen, diese restriktive Maßnahmenpolitik, gerade in Australien. Deswegen gleich mal die Frage zu Beginn. Was ist eigentlich übrig? Hat sich das halbwegs entspannt? Oder muss man damit rechnen, dass das alles nochmal irgendwie wiederkommt? Einige Zeit war es ziemlich ruhig. Nach diesem ganzen Theater, was los war mit den Lockdowns. Über 3000 Firmen im Melbourne Line sind pleite gegangen wegen diesen Lockdowns. Und in den letzten zwei, drei Wochen, ich berichte auf Telegram, dass man im Mainstream immer sagt, die nächste Variante ist jetzt hier. Und die Zahlen, die Covid-Zahlen gehen wieder hoch. Sie haben sie 100 Prozent verdoppelt. Die Zahl war natürlich sehr, sehr gering. Aber die Panik ist hier wieder. Und vor Weihnachten hat man uns auch gesagt, wir sollen jetzt wieder Masken tragen. Und es gibt so eine Gesundheitsministerin in New South Wales, ein anderer Bundesstaat hier in Australien, wo es Sydney ist. Carrie Shantz, sie hat uns gesagt vor Weihnachten, wir sollen auf jeden Fall Masken tragen. Und wenn wir einen Schnupfen haben oder so, dann sollen wir unsere Familie nicht mehr besuchen. Wir sollen zu Hause bleiben. Also man deutet es wieder an. Also es ist noch nicht offiziell der Lockdown oder der Mandat. Und man soll sich boostern lassen. In Australien sind wir mittlerweile, glaube ich, an dem sechsten oder beim siebten Schuss. Und man versucht es immer weiter. In den letzten zwei Wochen war es wieder extrem, wo man sagt, es ist wieder die Variante, die neue Variante. Sie ist so, so schlimm. Es kann wirklich schlimm sein. Also lasst euch boostern. Man hört damit nicht auf. Es ist eine Agenda 2030 dahinter. Das kann jeder nachlesen bei der UN. Das ist kein Zufall. Also hier in Australien versucht man es wieder, fängt es wieder an. Wenn wir schon bei der Politik, bei der Innenpolitik von Australien sind, das war jetzt etwas, wo man nicht unbedingt Australien als Vorbild nehmen sollte. Aber in Sachen Migration zum Beispiel, da schauen ja viele, gerade migrationskritische Politiker in Europa, nicht nur in Deutschland. In Europa wirklich nach Australien, auch für die Voraussetzungen da natürlich ganz andere sind als Insellage. Aber die sind da einfach rigoroser, was das angeht. Neulich habe ich eine Schlagzeile gelesen, Australien will potenziell gefährliche Migranten präventiv wegsperren. Ganz abgesehen davon, dass die meisten illegalen Migranten auf See schon abgefangen und wieder woanders hingebracht werden. Also die sind da knallhart, oder? Das war einmal, was jetzt hier zum Beispiel ist, hier in Queensland in dem Bundesstaat, wo wir sind. Wir werden jetzt zweieinhalbtausend Polizisten einstellen in Australien aus dem Ausland. Das heißt, jemand, der in Rumänien oder Albanien Polizist ist, der braucht kein Englisch zu sprechen, der bewirbt sich hier. Die Regierung hier in Queensland wird den Leuten Geld geben, um umzuziehen und die können hier Polizist spielen in Queensland. Das werden in den nächsten fünf Jahren zweieinhalbtausend Polizisten sein, die hier nach Queensland kommen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie ich das Ihnen sagen kann, wie weit sie in der Materie verfangen sind. Es geht um eine Spaltung weltweit, es geht um den New World Order. Es wird eine Weltregierung eingerichtet vor unseren Augen. Das ist das Ziel, um uns zu kontrollieren. Das heißt, die ganzen kleinen Regierungen, die jetzt so viel Müll machen auf der ganzen Welt, die die Wirtschaft zerstören, ist ja nicht nur in Österreich, in Deutschland, in Spanien, in Thailand, in Amerika mit Joe Biden zum Beispiel. Das wird höchstwahrscheinlich die UN sein, die dann alles regieren wird. Und es gibt dann natürlich noch eine Polizei, die das regieren soll. Und hier mit den Einwanderungen ist es jetzt so gravierend. In Australien, wo Sie das gerade ansprechen, mit den Einwanderungen. Es war immer so, dass die Bode, die wurden abgewiesen. Aber die Bode, das ist eine ganz minimale Anzahl von Leuten, die hier nach Australien kamen, von Indonesien und Papua New Guinea. Die meisten kommen hier per Flugzeug. Wir werden allein dieses Jahr über eine halbe Million Ausländer reinlassen nach Australien. Wir haben im Augenblick eine Knappheit mit Immobilien. Wir sind unter einem Prozent, wo man Häuser oder Wohnungen mieten kann. Wir haben eine absolute Wohnungskrise in Australien und die Regierung lässt dieses Jahr ungefähr eine halbe Million rein. Nächstes Jahr auch wieder. Und was da passieren wird, es wird ein Chaos. Man lässt sehr, sehr viele Leute hier rein mit fragwürdigem Hintergrund. Okay, das waren jetzt zwar wirklich kontroverse und schwierige Themen gleich am Anfang. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen auf die positiven Seiten von Australien blicken. Deswegen, trotz all dieser Probleme, würden Sie denn sagen, dass es noch Gründe gibt, nach Australien zu gehen? Ist Australien nach wie vor das attraktive Einwanderungsland? Ich bin jetzt seit 27 Jahren hier. Ich bin in über 30 Ländern gewesen. Wie gesagt, ich hatte in Amerika gelebt. Ich hatte Immobilien da gehabt. Hier Australien für mich ist, würde ich mal sagen, eines der besten Länderkontinente auf der Welt, wo man hingehen kann. Aber das ist nur meine eigene Einstellung, weil ich habe es gerne, wenn ich freundliche Leute um mich herum habe, relativ wenig Kriminalität habe. Wenn ich irgendwo hingehen kann, mit Leuten sprechen kann, wo ich auch die Infrastruktur habe. Jetzt in den größeren Städten um die Küste herum gibt es fast überall Krankenhäuser. Medizinische Versorgung ist gut. Wir haben alle hier eine Medicare-Card, was auch viele Leute nicht wissen. Also wenn man legalisiert ist, ich habe zum Beispiel eine Medicare-Card, das heißt, ich würde mir ein Bein brechen. Dann kann ich hier ins Krankenhaus gehen, ohne irgend sowas zu bezahlen und werde dann da behandelt. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mich privat privat zu versichern, was meine Frau und ich, wir sind privat auch noch versichert. Dann gibt es weniger Wartezeiten, wenn es eine Operation ist, die man sich wie ein Kniegelenk oder sowas Zeit hat. Wenn man nicht privat versichert ist, muss man länger darauf warten oder eine Hüfte oder sowas. Nur im Notfall kriegt man sofort medizinische Versorgung hier in Australien. Das Ausbildungssystem ist sehr gut. Ich finde Australien absolut klasse. Gerade jetzt, wir sind letzte Woche wiedergekommen, wir waren für sechs Wochen runtergefahren nach Melbourne. Das ist fast 3000 Kilometer von hier und dann wieder zurückgefahren. Ich bin überall in Australien gewesen. Ich bin zweimal rumgefahren in Australien. Es ist faszinierend, das Land. Was würden Sie denn sagen, was die Leute überraschen würde, dass es in Australien gibt, wo man vielleicht vorher gar nicht daran gedacht hätte, dass es das gibt? Viele Leute können sich auch nicht vorstellen, dass wir Aldi haben. Dass die Leute immer überrascht sagen, was gibt es Aldi in Australien? Ja, wir haben. Hier in Townsville hat in den letzten Monaten Aldi aufgemacht. Ich kann Skifahren in Threadpool, in New South Wales, Victoria. Wir haben die Alpen da zum Beispiel. Weil Leute auch mal sagen, wir haben nur Kangaroos und Crocodile Dundee. Nee, wir haben eine Skisaison. Im Juli, August gibt es bei uns Skifahren. Wo ich wohne, ist es tropisch in Townsville. Ja, wir haben Crocodile und Schlangen und Spinnen und so ein Zeug. Aber wenn man die nicht sucht, die wird man auch kaum sehen. Ich kenne Leute, die sind in Australien gekommen. Die hatten die ersten Wochen kein einziges Känguru gesehen, zum Beispiel. Also das Land und die Leute, ich finde es faszinierend. Der Vor- und Nachteil ist, wir sind sehr, sehr weit weg von allen. Was bedeutet denn Einwandern beziehungsweise Integration in Australien? Was muss man dafür machen? Kann man das relativ gut unter dem Radar machen? Worauf kommt es denn dann da an? Wo es drauf ankommt, ist wirklich, wo man hinzieht in Australien. Auch gerade für die Zuhörer. Man muss sich vorstellen, Australien, der Kontinent, ist die Größe wie Nordamerika. Es ist riesengroß und ich bin zuerst in Perth gewesen, in Western Australien. Die Leute in Western Australien hatten versucht, sich abzukapseln von Australien. Die wollten ihr eigenes Land haben in Australien. Die hatten sogar ein Referendum darüber gehabt. Also in Perth sind sehr englisch, britisch. Die denken, sie sind ein bisschen besser wie alle anderen. Ich war mehrere Monate, habe ich da gelebt. Man ist näher an Bali dran als an Sydney, wenn man sich das vorstellt von der Distanz. Und dann bin ich von da in Adelaide gewesen für ein Jahr. Adelaide ist ein sehr etabliertes Dorf. Es ist ein Dorf, eine Stadt, eine große Stadt. Ich möchte keinen beleidigen, aber ich hatte über ein Jahr da gelebt. Es ist sehr ruhig in Adelaide, in South Australia. Und dann von da aus bin ich zur Goldküste hochgezogen, nach Queensland, weil ich Spanisch, Englisch und Deutsch spreche. Und das ist das Touristengebiet von Australien. Und dort oben hat man in Queensland, das ist das Sunshine State. Das ist fast wie Florida. In Queensland hatte ich zweieinhalb bis drei Jahre ausgehadert. Und ich fand es persönlich damals sehr rassistisch, um sich da zu integrieren. Ich bin ziemlich freundlich mit allen. Ich hasse Gewalt. Ich habe es gerne, wenn Leute zusammenkommen und sich miteinander freuen und lachen. Und in Queensland war es nicht richtig möglich, überhaupt Freundschaften zu schließen. Das heißt, du warst ein Ausländer. Und das warst du, auch wenn Leute von, Bekannte von mir, von Adelaide, die sind hochgezogen. Die wurden zum Beispiel auch abgewiesen von Leuten in Queensland. Wo hat es Ihnen denn dann besser gefallen? Wo hat es für Sie dann emotional geklappt, integrationsmäßig? Nach zweieinhalb, drei Jahren hatte ich mir gedacht, das reicht mir in Queensland. Und dann bin ich nach Melbourne. Und Melbourne in Victoria, man kann sich das vorstellen, das ist wie Wien oder wie Frankfurt. Riesengroße, kosmopolitische Stadt, integriert. Ich hatte innerhalb von ein paar Wochen Freunde gefunden. Ich hatte Arbeit damals gefunden. Ein Beispiel wegen Arbeit zum integrieren, das war damals. Ich hatte mich in Queensland für 40 Jobs beworben pro Woche. Das waren keine hochqualifizierten Jobs, das waren Tankstellenassistent oder Tellerwäscher oder Kofferträger. Von den 40 Bewerbungen hatte ich so gut wie nichts bekommen in Queensland. Das war an der Goldküste. Und zum Vergleich in Melbourne, als ich da runtergeflogen bin, hatte ich mich für vier Jobs beworben und hat drei Jobs sofort bekommen. Und der vierte Job wurde mir zwei Wochen später angeboten. Ich persönlich denke für einen Ausländer, Melbourne ist die beste Umgebung, um sich da zu integrieren. Gibt es denn da eine deutsche Community, wo man sich austauscht, gegenseitig hilft und wo man sich einfach ein bisschen sammelt und eben auch so seine eigene alte Kultur, so ein bisschen pflegen kann, wenn man sich am Anfang schwer tun sollte? Oh, zum Beispiel in South Australia gibt es Harndorf. Das ist ein komplett deutsches Dorf. Also gerade für die Zuschauer aus Deutschland oder Österreich. Harndorf in Südaustralien ist eine komplette deutsche Gemeinschaft. In Melbourne, wir haben den Kuckucks. Das ist ein deutsches Restaurant. Es gibt einen deutschen Club überall, wo man sich daran teilnehmen kann. Ich persönlich habe es immer vorgezogen, mich da nicht dran anzuschließen, weil ich versuche, mich zu erweitern mit Englisch und mit den Australiern. Nur halt viele von denen ich kenne, die aus Deutschland oder Österreich kommen, die haben ihre Clubs da auch in Melbourne, überall. Also wenn man seine eigenen Landsleute suchen möchte und Kontakt haben möchte, finden wir die auf jeden Fall hier. Wenn wir hier in Mitteleuropa, in Australien denken, dann denken wir auf der einen Seite an die Hitze natürlich, an Crocodile dann die, aber eben auch an die ganzen giftigen Viecher, Schlangen, Spinnen und natürlich an die Haiangriffe. Wie sieht es denn damit aus? Ist das nur eine Boulevardblatt-Geschichte, so von wegen, Mensch, da ist schon wieder jemand gebissen worden? Oder hat das auch wirklich was mit der Realität zu tun? Vor zwei Tagen ist jemand wieder attackiert worden von einem Hai. Das passiert, ich hatte ja in Adelaide gewohnt und von Adelaide zu Port Lincoln runter. Das ist eine ganz bekannte Strecke für die weißen Haie. Auch wegen der Nahrung für den, da gibt es sehr viele weiße Haie da und in Perth auch. Nur von der Anzahl der Leute, die ins Wasser reingehen hier in Australien, ist es ganz minimal. Also werden mehr Leute im Autoverkehr umgebracht oder verletzt als von Haiattacken. Wer sich das Sorgen macht, der soll halt nicht ins Wasser gehen, wo es nicht kontrolliert ist. Ich persönlich auch, weil wir das Boot haben und manchmal in der Rampe, wo wir das Boot reinlassen, da sind große Schilder, Achtung Krokodile und ja, wir gehen auch da rein ins Wasser und so weiter und wir wissen, es gibt ein geringes Risiko da und da sagt man uns halt auch, wenn man in diesem Trailer drin steht, um das Boot runter und hochzufahren, dann ist das Risiko sehr gering, vom Krokodil gefressen zu werden. Wir kennen auch keinen einzigen Fall hier von den Boot Ramps, wo das hier passiert ist, wo wir hingehen. Nur ein geringes Risiko ist da. Nur für die Leute, die hier zuhören, dann sollte man nicht ins Wasser gehen oder halt nur da, wo es halt abgesichert ist. Und es gibt überall in Australien und das ist absolut klasse. In Australien, wir sind jetzt die Küste wieder hochgefahren, in jeder Stadt, jede Stadt hat einen Swimmingpool direkt am Meer und es ist kostenfrei. Und auch für die Zuschauer hier in Australien, was auch klasse ist, man kann ins Supermarkt gehen, sich irgendwas zu essen, Fleisch kaufen, wenn man kein Vegetarier ist und man hat überall Grillplätze hier in Australien, die sind auch kostenfrei. Das heißt, man kann hier sich ein Auto mieten, von Küste hochfahren oder runterfahren, sich was zu essen holen, Barbecues, Grillplätze gibt es überall kostenfrei an den Stränden. Auch Duschen gibt es überall kostenfrei. Die Toiletten sind auch kostenfrei, weil wir sind jetzt in Europa gewesen, wir konnten manchmal, ich glaube, wir mussten ein Euro manchmal bezahlen, um eine Toilette zu benutzen. Und in Australien ist alles kostenfrei. Also daher ist es so einfach, auch mit dem Boot, wo wir sind, gibt es Wasseranschluss, um das Boot abzuwaschen. Man kann parken umsonst. Es ist nicht so restriktiv wie in vielen Städten in Europa. Also das macht Australien wirklich lebenswert. Kommen wir mal zu anderen liebenswerten Eigenschaften der Australier, die wir als Europäer auch so ein bisschen wahrnehmen. Sie haben das vielleicht mitbekommen, in Deutschland ist jetzt ganz aktuell die Handball-Europameisterschaft zu Ende gegangen. Da haben die Australier zwar nicht mitgespielt, aber ich als Handballinteressierter merke immer wieder, dass die ganz regelmäßig auch bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen und so weiter teilnehmen. Also irgendwie schwappt das so rüber, als würde es eine gewisse Handballbegeisterung bei den Australiern geben. Ähnliches zum Beispiel auch beim Eurovision Song Contest, wo die immer dabei sind. Oder gerade was das Handball betrifft, ist das eine absolute Randsportart. Wie sieht es denn damit aus? Absoluter Randsport. Es gibt kaum jemanden, der hier überhaupt Handball kennt. Das ist eine Tatsache. Man kann sich das so vorstellen, was für Deutschland Cricket ist, ist Handball für Australier. Weil in Deutschland, ich habe von Cricket noch nie gehört, das ist Commonwealth, das ist wie Baseball so ähnlich. Und das ist ganz groß hier in Australien. Aber wie gesagt, in Deutschland oder so, Cricket, hatte ich vorher noch nie von gehört. Aber Handball hier ist eine absolute Randerscheinung hier. Mit der Musik, Australier sind sehr musikalisch. Meine Stieftorte hatten Double Bass, wo es im Orchester spielt, im Bendigo. Sehr viele sind engagiert in Theater und Musikproduktion, im Chor. Das ist sehr, ganz gravierend. Deswegen hat man auch diese Fernsehshow. Gibt es auf der ganzen Welt. Australier Got Talent oder wie das heißt? Genau, so heißt das. Genau, das ist ganz groß hier in Australien auch, wo dann Leute singen. Also musikalisch Australien ist auch sehr engagiert. Okay, wir haben die Oper in Sydney. Ich weiß nicht warum. Es ist nicht so, als ob die Australier eine Oper wollten, aber man hat sie. Und da werden sehr viele Musikkonzerte da gegeben und weniger eine Oper. Also mehr Musik wird da gespielt, als die so fetten Frauen in Gewandern oder so, wo sie dann die Oper machen. Ja, kommen wir jetzt mal zur abschließenden Lebensweisheit für Sie. Was gibt es für einen Fernruf? Was gibt es für eine Lebensweisheit, die Sie für sich in Anspruch nehmen oder die Sie in Australien gelernt haben? Was Sie durch Ihr Leben dort zieht? Also was mir immer viel geraten hat, war One Life, Live It. Also ich habe ein Leben und man sollte es leben. Gerade die letzten drei Jahre, die Leute, die verschieben alles, verschieben alles. Wir werden alle älter. Wenn man das so machen möchte, sollte man das machen. Für alle, die gerne in Australien kommen möchten, sich das ansehen sollen, hört nicht auf Leute, die noch nie hier waren. Sondern ich hatte die letzten zwölf Monate ungefähr 30, 40 Leute aus Europa hier gehabt zu Besuch. Denen hat allen Australien gefallen. Es gab wirklich keinen Einzigen, der gesagt hat, was für eine Zeitverschwendung, Geldverschwendung. Wenn man das machen kann, dann macht es heute. Verschiebt es nicht. Wer weiß, was nächstes Jahr passiert. Wenn ihr das machen könnt, guckt euch Australien an. Macht einen Zwischenjob in Singapur oder so, um die Reise ein bisschen zu unterbrechen. Mindestens drei Wochen. Wenn es geht, natürlich sechs Wochen. Und guckt euch Australien an, ist absolut sehenswert. Würde mich freuen, wenn jemand nach Townsville kommt. Ich bin hier in Townsville. Freue mich sehr gerne, mit Leuten mich zu treffen. Ich habe auch Leute bei mir schlafen gehabt und so und grillen und wir können mit dem Bucht rausfahren. Also wenn man es kann, dann soll man es machen. Auf jeden Fall heute und nicht verschieben. Herr Bebenroth, das war ein wunderbares Gespräch über die politischen Verhältnisse, über die Charakterisierung der Australier. Wir sind auch so ein bisschen auf die Regionen eingegangen. Vielen Dank für Ihre Zeit, für diese spannenden und schönen Einblicke. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie in Australien natürlich alles Liebe und Gute. Und bis irgendwann mal. Tschüss. Danke. Vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch. Ja, das war es an dieser Stelle wieder mit unserem Fernruf. Mit dem Tausendsasser, muss man ja sagen. Touristenführer und Moringa-Pflanzenfreund Jörg Seufert in Namibia und Bernd Bebenroth in Australien. Und ist es Ihnen aufgefallen, Herr Bebenroth hat uns so ein bisschen einen Vorgeschmack von der australischen Gastfreundschaft gegeben, zum Grillen oder Bootfahren hatte eingeladen, ja sogar zum Übernachten. Diese Form der Einladung kann ich Ihnen hier im Fernruf leider nicht bieten. Aber ich lade Sie ein, Ihre Auswanderergeschichte zu erzählen. Wenn Sie fern der mitteleuropäischen Heimat im Ausland gelandet sind, schreiben Sie mir doch eine Mail an fernruf-at-kontrafunk.radio. Und lassen Sie uns teilhaben. Wie ist es bei Ihnen gelaufen und wie lebt es sich in Ihrer neuen Heimat? Ich freue mich jetzt schon auf Ihre Nachricht. Ich darf mich für heute für Ihr Interesse bedanken. Mein Name ist Gernot Stanowski. Ich sage Tschüss und bis bald.